Also Leute, es geht weiter. Zeit für den Endkurskampf in dieser Welt. Na, wann wieder auskommt. Aber erstmal habe ich meine Flasche rein aufgefüllt, um den noch anheben. Und jetzt wird der Punkt 3 woogies zu machen. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Oh, 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 oh! Hey, guck mal, Leute, ich glück schon! Wie viel cooler ist die denn hier? Ich habe noch einen Kiss vor, oder? Ich habe noch einen Kiss vor. Ich habe einen Endkurskampf gehabt, geht das? Ich habe noch einen Kiss vor. 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 Das ist schön, dass ich noch einen Kiss verholt habe. Ich habe noch einen Kiss vor. Ich habe noch einen Kiss vor. Ich habe noch einen Kiss vor. Ich versuch einfach hin zu kommen. Da hinten hinlassen wir nämlich. Ohhhhhhh ohhh.. Ich bin raus. Dann die Tür müssen wir nicht da rein. Wohin auch der Gegner? Was soll der Gegner? Ich bin an die siebten Meter Rücken-Schwassung gewesen, hier noch zugustieren oder zu fallen. Dann geht es mal von dir an. Und schon sind wir hier. Hier irgendwo ist Ugi-Ugi. Ich könnte versuchen, irgendwo ein Roll zu springen. Aber wenn man wirklich nicht da landet, dann gehen wir den Sicherungsweg. Das war der erste Sicherungsweg. Und wir gehen in die Vöterkammer. Und noch mal hier. Und wir gehen in die Vöterkammer. Ein Rücken muss er einfach von kennen. Ein Rücken muss er einfach von kennen. Ugi-Ugi, gib mir das Herz wieder! Du willst es haben? Dann komm doch her und hol es dir! Das wird so ein cooler Postkampf, Leute. Wollen doch mal sehen, ob sie mir folgen. So, ihr Herzlosen! Oh, einer! Und noch einer! Doch, zwei Mann! Und noch etwas Fettig im Leben, Ugi-Boogie ist es. Und die Fettig! Und die Fettig! Heide ist ja nicht schwer, aber er merkt viel ein bisschen rum, mit seinen Würchern, die er jetzt macht. Und der Würf. Zwei. Äh, zwei, 1. OAN. Wo ist denn, wo ist denn, ach, schon mal. Hallo, Fugi! Habe ich nicht, aber... Ich habe ihn nicht erwischt. Scheiße. Sensen! Wir laufen einfach mal weg. Das wird an sich passieren. Nein! Oh, verdammt! Jetzt scheiße drücken. Besser ein Assi-Köffer ist wie das. Ja, das ist ein... Ja, das ist... Ja, das ist ein... Ja, das ist ein... Hmmmm... Die Dürren ist noch gut! Wir müssen heilen! Nein, ich bin nicht in den Dürren! Ich habe echt schon was mitverdacht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. oh nein das ist doch Ich kann ja, dass dieser Affen kommt immer. Jetzt ist er dran. Ein Schlazer noch drauf. Jawoll. Ein Maxim HP hoch. Und die Folge hat es für uns erledigt. Der Kampf ist gewonnen. Noch ein Schluck nehmen. Und gleich raus. Ja, alter Flohsack. Das Herz wird endlich doch eine Fehlkonstruktion. Heiligen Ring erhalten. Also Bericht 7 erhalten. Naja, und wir haben es geschafft. Oder vielleicht doch nicht. Was ist das? Oh mein Gott. Der ist wieder riesig geworden. Wie ich schon gesagt habe. Wieder wusste ich in die riesig. Ja, aber fast wieder wusste. Boah. Wieso ist der dann letztlich so groß? Zählt doch. Randvoll mit der Macht der Dunkelheit. Ja, die muss doch schlafen. Boogie Boogie zählt Kraft. Ja, aus diesem dunkelten Kugeln. Also müssen wir diese Dinger vorlichten, oder? Ah, dann machen wir das nochmal. Juhuuu. Dann machen wir das nochmal. Juhuuu. Und die Boogie hat natürlich noch einen. Und dann mit den Flammen. Mit der Terne, die er in der Würde hat. Und die Flammen machen dann nicht gar nur nur Schlecht schaden. Dann würde man sich nur nicht treffen. Dann sind wir da mit der Askel geht. Die Askel wird alles gewünscht. Tut die Fertur dann mit dem Rundtong. Wenn ihr immer auf die Macht der Dunkelheit setzen müsstet. Es ist keine Blöden, die einfach das Licht ersetzen könnt. Immer die arme Dunkelheit. Immer muss die Unknownen weggezogen werden. Ich meinte, was tut der Dunkelheit? Das macht eigentlich gar nichts. Das ist nur die Leute, die das machen. Heute ist es ja genauso wie Licht eigentlich. Oh, Federer. Oh mein Gott. Krass. Das war doch technisch für die 49. Da war ich so ein Klammigeschlarer. Noch mal bei 14. Noch eine Klammigeschlarer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Telekirche muss auch angreifen. Aber das hat Schwachfäge. Ein paar Minuten, die wir stehen lassen. Das wir raus haben. Oh, ich hasse das hier. Und dann wird sie übersteigen. Und dann wird sie klein verschwärmt. Es ist so lästig, den Typen hochzuzettern. Ich würde weiter, danke Leute. Ja. Boah, das ist doch nicht. Boah, wo liegt sie denn am besten hoch? Na hier. Wenn ihr so ein Schritt nach oben habt. So ist sie wichtig. Fünf. Fünf. Vier. Wier. Ja. Nein. Wier. Da, schlafen, da ! So, da würde er auch nicht losgehen. Da, komm her! Boah, ist aber doch runtergeflogen. Das ist ein beschockter Typ. Danke, da kann ich mir drauf gesprungen müssen. Da ist noch ein Schuss mit Kugel. Nein, ich wurde mit deinem Scheiße. Langsam wütend. Da kleine. Da kleine, langsam wütend. Ich hab's dann schon herzloser auf den Hals. Aber über zwei, ja. Aber über die auch keine. Boah. Da ist noch ein Ding. Da ist noch ein Ding. Geht! Oh mein Gott! Hmmmm. Das ist das, was ich mit dem Kani. Gut. Das ist eine richtige Stimme. Das ist eine große Stimme. Die Stimme ist ja auch wieder. Scheiße, sei auch noch versagt, wieso, das ist doch ein Scheiß, mann, ich springe mit der 1000 Aura mit so einer Scheiße, okay, mal kurz einen Cut,